Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde im Mittelalter und wir müssen hier... Ich weiß noch nicht genau wie sie heißt, aber wir müssen sie aufreden. Für Stolke und Überdache die Brücke mindestens 6 Einheiten müssen Lady Schmott... Oh, ich wollte jetzt gar nicht wissen wie sie heißt. Rette 10 Einheiten, dann gibt es dafür die Krone. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir machen hier mal die Überdachung drüber. Einmal, zweimal und schauen uns das Ganze an. Wie können wir das Ganze... Okay. Die ist falsch und da ist die... Okay, dann können wir die Brücke hier schon mal entsprechend abbauen. Und wenn wir das Ganze bis zum Rand irgendwie... Naja, falsches Modul genommen. So. Ja, zwei erreicht. Zweimal. Und das Ganze bis zum Ende. Jetzt noch hier die Überdachung drüber. Nun sollte das Ganze eigentlich aushalten. Und jetzt müssen wir nur noch nach unten eine Verstärkung machen. Und da wir hier zwei haben, nehme ich hier entsprechend Holz. Ähm... Dann haben wir es bis hier. Dann einmal hier die Seitenstreben. Ähm... Probieren wir es einmal mit so einer Konstruktion aus. Wie sieht es vom Gewicht her aus? Okay, das ist zu instabil. Und dann noch mehr drauf kommen. Aber es hält noch. Ne, es hält auch nicht. Okay, wir müssen das Ganze noch ein bisschen verstärken. Das heißt, hier nehmen wir noch mehr Holz. Hier eine extra Planke. Einmal, zweimal. Und die beiden zur Seite um. So weit hoch. Und die beiden zur Seite hinschmeidend. Ich gehe. Sicher. Okay, da kommt ein Schlag drauf. Und hier noch mal zwei. Oh, okay. Also, hier hält es noch nicht ganz aus. Deswegen sollten wir hier noch mal ein bisschen das Ganze verstärken. Einmal. Zweimal. Dreimal. Nächster Versuch. Einmal drauf. Zwei Mal drauf. Kommen wir. Jetzt hier kommt noch mal Armageddon. Ganz groß. Und da. Das hält ja super doll. Ähm. Was können wir noch entsprechend verbessern? Wir können bei den beiden Mitteln... Oh, nein. Nicht. So viel wollte ich jetzt eigentlich gar nicht abreißen. Wir können gerade bei den Pfosten, die hier hoch gehen. Und hier noch einen stärkeren. Ja, noch einen stärkeren. Und dann setzen wir das hier noch dran. Und jetzt hier unsere beiden Fischstreben. Und dann sieht es eigentlich so von Konstruktion her recht stabil aus. Wir probieren es noch mal. Da geht ein Schlag drauf. Hier. Da kommt der große Armageddon noch. Zack. Und... Aber sie hält, sie hält, sie hält, sie hält. Und wir konnten alle entsprechend retten. Jawohl. Alle 10 sind durch. Das war die Brücke Nummer 6 in der zweiten Welt. Und wir schauen, wie es weitergeht mit der Geschichte. Kommt noch eine Geschichte? Nein, kommt keine. Jetzt hier kommt, äh, König. Ja. Drusselbart. Keine Ahnung. Aber den sehen wir morgen in einer neuen Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und was gebracht. Wenn ja, gebt ein Like. Und ansonsten sehen wir uns morgen. Bis dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen.